Yo, hi Leute, hier sind Knecke und Pix wieder mit einer Folge Harrogames und es geht jetzt auch direkt wieder los. Heute mal wieder eine andere Map, die wir noch nie gezockt haben. Shit, ich bin in Lava gewesen, what the fuck. Ach, das ist Lava. Ich hab das gar nicht gesehen eben. Also ich hab voll Schwert. Oh, hier hat einer einen Grong-Skin. Hast du noch eins? Nee, ich hab nur eins, wo bist du lang. Ja, hier. Siehst du mich? Oh, fuck. Ich such grad... Ach ja, du brennst. Ja, ich brenne noch. Okay, gut. Die Map hab ich in den Hama gezockt. Die geht eigentlich voll. Ey, lass dich hier abbauen, da sind zwei. Jo, ich komm mit. Ich hoffe, du kannst mich noch sehen, aber du hast ja diesen Mod drauf. Ja, brauchst du ne Angel? Äh, wär nicht schlecht als Waffe erstmal, auch wenn das natürlich Müll ist eigentlich, aber egal. Könnten wir uns im Lava sehen, ein paar Fische fangen. Ein paar gebratene Fische. Ein paar heiße Fische. Oh man. So ein paar mehr Jungfrauen, weißt du. Hier in den... In diesen... Du siehst doch diese Glowstone-Bäume. In denen sind manchmal Tun. Okay. In denen verstecken die manchmal welche. Aber ist dann da ne Leiter dran oder so? Ja, oder von unten einfach ran. Da, da, da steht ne Truhe. Noch ein Schwert. Oh geil. Ja, das wär geil, wenn du mir das geben kannst. Ah, ich seh's schon. Da ist natürlich deine... Da ist noch ne Truhe, geil. Ich snack ich mir, ich snack ich mir, ich snack ich mir. Wo? Hier, die hab ich schon. Vier Ender-Augen. Oh nice, gib mir zwei bitte. Jo, warte, wo bist du? Ich bin hier oben. Boah, Alter, ich hab schon voll Fett-Hummer. Ey, ich hab das noch gar nicht angefangen. Ach, Ender-Augen. Ja, Ender-Augen sind scheiße. Warte mal kurz. Ich muss mich jetzt kurz hier versorgen. Boah, ich hab kein S und die Hälfte von meinem Ding. Ja, ich hatte... Jetzt hab ich kein S mehr, aber jetzt ist mein Ding auch wieder voll. Mein Ding. Ja, sonst hört es so mehr deutlich an. Warte, hier kriegst du eine Ender-Perle. Äh, Ender-Augen braucht keine Sorge. Weil Ender-Augen, wenn du die hörst, die führen nicht nur zu Ender-Portalen. Oder zu Ender-Öl. Scheiße, ich... Fuck, ich hab mein Steinschirm. Ja, mein Schirm. Jawohl, Rüstung bekommen und was zu essen. Braucht es doch was, ne? Ja, genau, genau. Warte, ich geb dir mal die beiden. Ich hab noch ne Pilz-Suppe dabei. Die gibt, glaub ich, für den... Den ist einer. Alter. Sollen wir den killen? Mr. Richard da, oder wie heißt? Ja, den nehmen wir, komm. Der, der sieht aus... Ja, der hat keine Waffe, der hat keine Waffe. Boah, Alter. Der fällt doch hier jetzt runter. Pass auf, nicht hinterher springen. Der ist tot. Boah, der hat ja Sachen... Schau mal. Ne, der hatte nur einen... Der hatte nur einen Lederhanisch. Ah, gut. Gut, dann lass hier weiter gucken. Jupp, da unten war übrigens noch einer, den hab ich grad gesehen. Aber egal. Hier hinten ist auch noch einer, den können wir mal allerdings nennen. Tim Krüger. Oh, das sieht, das sieht, äh, das sieht, äh, interessant aus. Warte mal, die Bäume hier noch schicken, das soll man nicht vergessen. Stimmt, stimmt, stimmt. Oh, er kommt auf mich zu, glaube ich. Na, ne, gar nicht noch. Da unten ist er. Er hat keine Waffe. Alter, dass er mittlerweile auch alle Leute einen YouTuber-Kontor und der Let's Plays machen, ne? Wirklich jeder. Ja, das ist echt, das sind echt viele. Okay, da unten ist... Oh, der hat ein Goldschwähl, den lassen wir, glaube ich. Oh, der hat eine verdammt gute Rüstung. Okay, dann lass mal außen rumgehen und dann unten da, zu diesen Bäumen, da sind vielleicht auch welche. Aber ich sag mal, ich bin ja auch schon verdammt alter Hase langsam. In Let's Plays seit zwei Jahren bin ich schon dabei, bald. Ich bin seit dem 24.05.2012, also geht noch. Ach, warte, das, glaube ich, eine Truhe. Soll ich mir so aus, ja, das scheint eine Truhe zu sein. Okay, jetzt nehmt du die Truhe, ich erkunde das hier. Oh, der hat das gerade gelegt. Brauchst du einen Lederhahnig? Nö, hab ein. So, das muss ich gar nicht mehr. Weil der war gerade... LOL. Hat das so gelegt, dass ich die Sachen nicht aufgehoben habe, oder was? Alter. Ne, der setzt die Truhe manchmal zurück. Ach so. Okay, du bist da ganz oben, dann komm ich doch mal kurz hin. Also, es leckt ja nicht wegen meinem PC, Leute, nur als Info. Und dann, es leckt wegen meiner Internetverbindung. Aber ich bin dabei, eine bessere zu organisieren. Ich müsste eigentlich heute, glaube ich, eine bekommen. Die ist ein bisschen besser. Carlo, 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 hier ist einer. Hilfe, Carlo. Ich komme. Jetzt. Er hat aber nur Holzschwert. Das ist nur der Entschuldigung. Hinter dir, hinter dir, hinter dir. Na da, warte. Sakal ist das. Oh, fuck, es leckt der von mir. Ja, oh, in letzter Sekunde zwei Herzen. Boah, ich hab was, ich hab ziemlich viel von ihm aufgehoben. Der hatte eine komplette Rüstung. Warte, ich hab was zu essen. Ja, hier eine Pilzsuppe, kann ich dir mal geben. Oh, perfekt, Pilzsuppe ist richtig stark. Ich hoffe, da hast du einen Holz. Nee, ein, 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 ein. Warte, ich kann dir noch was geben. Hier, noch zwei Fisch, hab ich noch. Nee. Ja, okay, danke, aber er füllt trotzdem auf. Ich hab, äh, nur noch Lederharnische drei. Den Rest hab ich selber an. Alter, war das knapp, ey. Okay, lass mal kurz hier oben ein bisschen was. Ich hab dich aus der Sehung jetzt einmal gehauen, weil ich's so geleckt hab, kurz. Ja, hauptsache du stützt, äh, du tötest mich nicht. Lass kurz ein bisschen hier oben warten, während er sich regeneriert. Wer denn? Ja. Wir haben doch gradkal getötet, oder? Nein, während ich mich regeneriert habe. Ach so, meinst du das jetzt? Warte, da unten sind zwei. Lava 64 und... Der kommt auf uns zu, der kommt auf uns zu. Dein Monator. Nein, der hat gar nichts, komm. Der hätte halt nicht zufrieden. Das war der, was hatte der? Rote Pilze. Ja, toll. Warte, lass mal da hingehen, guck mal, wo die, wo die Lava da runterfließt, in die Richtung. Ja, da sind vielleicht Pilze. Lass einfach mal hingehen. No, lol, hier ist noch eine Truhe. Oh, schieß, schieß. Alter, du Arsch hast mir das Ding genommen. Ach so, ja. Egal, es ist egal, es ist hier an. Aber ich hab das kurz in der Hand und dann hast du mir das weggezogen. Oh, das tut mir leid, wenn ich nochmals... Nee, ist schon okay. Hier, hier unterm Baum steht eine Truhe. Was? Hä? Ist aber leer. Ach so. Ach, du bist da. Okay. Okay, ähm, wohin? Einfach mal hier in die Richtung. Alter, jetzt legt... Ich denk grad, warum, was geht los, äh, was geht ab? Man bin nicht so langsam, wie jetzt Segeln sind. Ja, ich gehe auch so rum. Das war irgendwie gerade, äh, ein bisschen seltsam. Okay, oh, guck mal, was ist das denn da? Geil. Ey, hier ist, hier ist, glaub ich, so ein Eingang zu so einer Rüge oder so. Lass mal dabei eingehen, das sieht irgendwie interessant aus. Muss auf, muss aufpassen, hier sind richtig oft Fallen und so. Also pass auf, auf Druckplatten. Und auf, äh, wie heißen diese Seile? Stolperdrähte. Was passiert, wenn man vorne noch drückt? Hier ist ein Knopf, soll ich den mal drücken? Warte, ich gehe mal nach außen. Drück mal. Da hinten ist was passiert. Fuck, hier sind... Druckplatten. Alter. Warte, benutze doch das... Da ist die Enderperle. Drück mal hinten auf den Knopf, bitte. Drück mal hinten auf den Knopf. Okay, bin durch. Ich bin durch. Ich snack. Alter, hier sind fünf Kisten. Woll alles raus. Dreierfahrung, dreierfahrung, dreierfahrung. Ja, dann teilen wir uns das, wo alles raus. Ich hole dich dann auch wieder raus. Ja, okay. Ach du Scheiße. Beeil dich nicht, dass hier noch irgendwie so eine Zeitbombe drin ist. Ja, ich bin, ich beeil mich. So, okay, ich kann wieder raus. Warte, hast du alles? Okay, ja, drück den Müll. Schnell, 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 schnell. Okay, okay, komm raus hier, raus hier, raus hier. Schnell. Okay, was hast du alles bekommen? Halt den. Fünf Kisten, also pass auf. Wir haben Erfahrungsfläschchen. Hier hast du zwei meine Wege, ich habe eine. Dann, äh... So. Hat mir nichts gebracht. Goldene Stiefel. Du kriegst mal wegen die Eisenstiefel, weil ich den Goldbrustpanzer gesnackt habe. Ähm, goldene Hose. Brauchst du, brauchst du, brauchst du Feuerzeug. Kannst du mal wegen haben? Brauchst du essen? Ich habe zehn Fische. Ja, gib mal ein paar, so. Kann nicht, kann nicht schaden. Und, ähm, ja, sonst ist hier eigentlich nichts. Warte, dann mache ich jetzt mal die Tränke. Level 1, jawohl, ich kann gleich was verzaubern. Nice. Lass mal hier weiter. Ähm, ich glaube, sechs Leute, ja, sechs Leute leben noch. Okay, das steht da auch. Six players remaining. Okay. Ähm, wie lang die Runden jetzt eigentlich mit dir sind? Früher, das ist meine alten Runden, die sind alle immer nur so drei Minuten. Okay. Alter, wo hier oben rennt auch Licht? Hier oben rennt irgendwie Licht, aber das hat nichts zu bedeuten. Okay. Okay. Alter, wo geht's denn hier runter? Eigentlich voll geil aufgebaut, die sind ja früher. Alter, wenn ich jetzt hier runterspring, kommst du nicht mehr hier raus. Komm doch mal mit. Ich glaube, da hinten ging es, ging es frei. Ja, warte, ich komme sofort wieder. Aber hier, das sieht so aus, als wenn hier was versteckt wäre. Was haben wir hier oben? Haben wir da auch vielleicht noch was? Nö, sieht nicht so aus. Schade. Ich glaube, da war nichts mehr. Ah, die Druckklappen haben ja auch gemacht. Aber echt. Nee, da ist nichts mehr, komm, wir suchen die beiden jetzt Gegner. Ja, oder wir gucken mal nach da oben. Ich meine, es sind ja noch sechs da, das kann, nicht, dass sie nachher zu sechs in der Gruppe sind, ist das schon mal vor. Stimmt. Ja, und wir haben nur, wir haben nur einen Holler. Ja, wir sollten uns wenigstens ein Stein, ich werde auch gar nicht sehen. Hey, hier ist eine Truhe. Ich meine, ich komme hier nicht hoch. Ach da. Da war aber nichts Besonderes dran. Okay. Ich schau nochmal, nö, da war noch eine Angelroute zum Beispiel drin und eine Lederhose. Ich habe aber eine Angel. Wow, hier ist Lavasee. Alter, wie das leckt manchmal, also hängen bleibt man, scheiß Internet. Ja, das ist bei mir aber auch richtig oft, das liegt aber auch mit am Server. Ah so, also das ist nicht ganz mein Internet, Entschuld. Nein, 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 ich habe schon genug zu essen. Okay. Ich sehe da hinten einen Namen, rollen wir den Snacken, also das ist ein einziger. Moment, ich muss noch hier, das kann mal da rein, dann habe ich nämlich alles. Hast du die Truhe da oben schon? Ja, die, man kann auch nichts drin. Okay, resettet wollte ich sagen. Ja, komm, aber bei mir ist das so, ich klicke auf eine Truhe, dann gehe ich weg und klicke nochmal auf die, und dann ist sie auf einmal leer, obwohl sie auf einmal voll, bevor sie voll leer war. Ja, das kenne ich. Hatt ich eben bei einer Doppeltruhe. Okay, fünf lehnen. Ach scheiße, jetzt kommen diese Scheiße zum Blitz. Ach, da hinten siehst du diese Kuppel im Lavasee, die sehen auch schon sehr interessant aus. Erinnert mich an so eine Schildkröte, ein bisschen, ein bisschen. Da oben die Brücke sieht auch sehr geil aus, hast du sie gesehen? Da müssen wir auch noch irgendwie hin. Da können wir gleich hin, nach der Kuppel. Hast du noch eine Enderperle, dann können wir noch eine Enderperle. Ja, nur eine. Aber wieso, wieso sollen wir denn jetzt, wir können auch hier bestimmt entlang. Ja, wenn nicht, dann lass deine Enderperle. Da oben drauf ist eine Kiste. Auf diesem Panzer. Und da führt sogar ein Weg in das Ganze. Wenn da noch keiner war, das wäre gut.